SADAME HELLO Und... Vielleicht brauche ich ein Gegengift und das Schwert hier, oder was? Ne, Moment mal, wir sind ja jetzt in Ten Reis Schloss. Ich werde mal das mal probieren. Use this life to kill the undead. So, das werde ich mal probieren. So, genau, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. So, ich würde sagen, ich glaube, da geht es auch direkt weiter mit den Zombies. Letztes Level. Letztes Level, ja. Jetzt geht's ab. Finale mit Ayame. Testung Ten Reis, ja. Alles klar. Ja, genau, hier geht's nämlich direkt weiter. Boah, das ist ein riesen Level, wirklich. Also, wow. Ja, da oben ist einer. Nehme ich mal an. Ja, ah, das ist ein normaler, okay. Das ist noch ein normaler. Alles klar, dann geht's noch direkt mal los hier. Und direkt zack. So. Ne, du hast dich nicht entdeckt. Ne, ne, das zählt noch als Stealth Kill. So, jetzt mal. Nein, nicht schmeißen, Mensch. Wollte ich doch gar nicht. Egal. So, nichts passiert. Ah, der eine kommt hier runter. Das hatte ich doch bei Rikimaru auch. Der eine geht weg. Okay. So. Na dann. Schau mal. Äh, wo ist denn der jetzt? Moment mal. Äh, er kommt. Aber woher kommt er? Da. Ah, da. Okay. Alles klar. Ich nehme mal vorsichtig, ich habe ja nochmal den Giftreis. Er geht zurück. Okay, sehr schön. Und, yes. Geil. Okay, ja die sind immer einfach. Aber diese... Den Kopf abgedreht. Jawohl, so wollen wir das haben. Aber diese anderen Typen, diese komischen Dämonen oder was das sein soll, die sind nicht so einfach. Die bewegen sich manchmal erratisch und, ja, keine Ahnung. So, dann gehen wir da hin, heimelig mal da dran. Oh, der war knapp. Der war knapp. So, beim zweiten Teil wäre das eben gegangen, wenn ich einfach hochgegangen wäre und den gekillt hätte. Das geht hier nicht, die entdecken dich direkt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und, ja, genau, hier ist ein Abgrund, das weiß ich auch noch, da bin ich nämlich schon mal reingefallen. Genauso sieht es aus. So, dann muss ich wohl oder übel den Sprung machen, heimelig? Ich muss den Sprung machen, ja. Aber es hat geklappt, sehr schön. Wunderbar. Alles klar. Ah, Soundtruck, glaube ich. Warum, guck das hier mal. So. Jetzt kommt gleich wieder die Indien-Mucke. Guck mal, den Gift. Äh, was ist das denn? Holy shit. Tenrai, was geht mit dir? Da ist er doch! Okay, trau ich mich das? Ja, komm, mach den Gift, reißdreck. Naja, ist nicht interessiert. Okay, dann halt nicht. Du stirbst doch so. Hast du keinen Bock auf Kohlenhydrate oder was? So wie du aussiehst, könntest du die gebrauchen. Erstmal ehrlich. Naja, egal. Ist noch so ein Ding. Alter Schwede. So, dann gehe ich mal hier lang. Wieder ein riesen Level, also wirklich. Level-Design ist schon sehr krass hier. Da oben. Oder was? Ne, hier durch einfach. Hier rein. Ah, hier ist der Ausgangspick. Ich gehe nämlich erstmal hier lang. Um nämlich noch die Gegner hier zu kriegen. So, dann hangel ich mal so lang. Richtig. So, wo ist denn der jetzt? Nicht hier, okay. Schade. 66. Ah, hier hinter. Alles klar. Ich verstehe. Ja, ich räume mich jetzt mal ein bisschen. Ich gehe lieber geduckt. Ah, das ist so einer. Aha. So. Den kann ich nämlich killen. Aber dann muss ich jetzt den hier machen. So. Wenn er mich jetzt nicht entdeckt. Wenn er nicht hier hinkommt. Er kommt hier hin. Oder was? Er kommt hier hin. Oder was? Ne, okay. Kann ich die killen? Jetzt kann ich den killen. Dann seht ihr das? Ah, geil. Okay. Sehr schön. Ja. Und direkt wechseln. Ah, ja mal. Direkt wechseln. Oh, so muss das sein. Die muss man doch... Ja, genau. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich eben... Also im letzten Level... ...wahrscheinlich schon eine Müllstatistik gehabt. Weil ich halt diese Untoten nicht killen konnte. So. Geht es jetzt mal so hier weiter? Was ist denn hier? Ah. Hier komme ich her. Ja, alles klar. Gut. Dann. Gehen wir wieder irgendwo hoch. Keine Ahnung. Äh. Ah, hier durch, oder was? Hier bin ich ja her, hä? Äh, was? Höhöhöhöhö. Okay. Da. Okay. Yes. Geil. Okay. Den habe ich. Boah, da habe ich mich aber erschrocken. Äh. Nein. Boah. Was? Oh Gott, geh weg. Was war das denn? Kommt, da werden wir mal angerannt. Boah. Das war aber, das war aber zu heftig einfach nur, ey. Zu heftig. So, egal. Komm, geh doch hoch. Da oben sieht er mich nicht. Oder doch? Oder doch. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Okay. Ja, der geht da hin, alles klar. Ja. Traue ich mich jetzt nicht. Puh. Okay. So. Okay. Boah, ey. Das ist ganz schön heftig. Teilweise. Das ist schwieriger als bei Rekimaru, glaube ich. Aber. Bis jetzt noch unentdeckt geblieben. Das ist schon mal gut. Ja, wieder ein Soundhockler. Da oben. Genau. Immer da hoch. Da, 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 da. Da, da, da. Ha. Diese Indian-Mucke. Ja, ja. Oh. Diese Scheiß-Stelle. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich da dran. Aber Moment mal. Ich erinnere mich auch, dass man hier sich auch hinhangeln kann. Oh Gott, ey. Ich traue mich nicht. Wenn der, wenn der, wenn der wieder nicht springt. Oh Mann. Doch. Okay, boah. Schon wieder fast. Alter. Geht da bloß safe hin, ey. Ich hasse diese Abgründe hier. So. Wo ist jetzt der Gegner hier? Oh Gott, geh bloß weg von diesem Scheiß-Abgrund. Nein, das soll ich gar nicht. Hey. Egal. So. Hauptsache. Ah, da. Den kille ich wieder mit dem Blasrohr weg. Habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Weg mit dir. Okay. Weil da habe ich jetzt echt keinen Nerv für. Die Leute hier zu beobachten. Und gleichzeitig verhindern, in den Abgrund zu fallen. Oh Mann. Ah, da sind wir. Ah ja, stimmt. Wir sind ja irgendwie tausend Shurikens. Die hatten wir bei Rikimaru ja auch. In die Richtung ist aber noch einer. Wo ist denn der jetzt? Hä? Ah, da ist noch ein Loch. Guck mal da. Das habe ich doch gesehen. So, hier. Oder was? Nee, der ist einfach nur Deko. Okay. Ich frage mich jetzt nur, wo der Gegner hier sein soll. Moment mal. Oh Gott, was ist hier? Ah, hier kann ich runter. Wo ist denn der? Ah, der ist... Hä? Äh, der habe ich den da hinten jetzt übersehen oder was? Ah nee, da muss ich doch hin. Da muss ich doch erst... Ah! Ich habe da was gesehen da hinten. Ja, ja. Ah, da muss ich da hin. Okay, alles klar. Dann machen wir das mal. Ah, ja, wie gesagt. Puh. Das macht Spaß auf jeden Fall. Aber vor allem zum Ausgleich von der Arbeit. Das ist... Ah! Okay. Nee, Moment, stopp. Jetzt muss ich das irgendwie... hinkriegen. So, da kann ich nämlich hin. Irgendwie hinkriegen, dass der mich da nicht entdeckt. Oh, oh! Boah, Alter. Alter Schwede, ey. Alter, mach doch nicht sowas mit mir, Freunde. Da oben ist er. Ich glaube, da oben ist er, oder? Komm schon. Nee, da oben ist er nicht, aber er kommt gleich hier hin. Ich habe den eben gesehen. Ja. Aber was macht denn der jetzt? Ah! Was ist jetzt passiert? Ah! Mein Fernseher, mein Bildschirm ist auf einmal ausgegangen. Erschreck mich nicht so. Oh mein Gott, was war... Ah, da ist er. Ich gucke mal gerade schnell, ob der aufnimmt, was tut der. Okay. Seht ihr, der kommt nämlich hier hin. So. Dann dreh ich mal bitte um. Jawoll! Sehr schön. So. Kopf ab! So, wer sich mit Ayame anlegt... Kopf ab! Das ist auch mein Motto im privaten Leben. Naja, schauen wir mal weiter. Oh Gott, was ist das denn, ey? Das ist so eine Scheiße hier. Boah! Alter Schwede. Alter Schwede. Oh Mann, ich habe Angst. Boah! Das ist wieder ein Totenkopf. Okay. Ich hasse so Abgrundlevel. Ernsthaft. So, zum Glück kann die sich ja um die Ecke... ...hangeln hier. Da ist er, er geht gerade weg. Yes! Sehr schön. Zeichen voll. Geil. Oh, ich habe ihn aber eigentlich nicht mehr. Ich habe den Wrath of Heaven schon. Der hatte den letzten Shuriken gehabt. Ah, jetzt bin ich auch hier. Okay, schaut mal. Aber hier muss ich nicht hin. Hier muss ich nicht hin. Oh Mann, ich muss nochmal da zurück, oder was? Scheiße! Ja, ich muss nochmal zurück. Oh Gott. Okay, na dann. Aber nicht hier runter. Sondern. Da dran. Okay, ich verstehe. Da dran. So. Okay, dann gehen wir da dran. Boah! Jetzt... Alter, hä? Oder auch nicht? Die hat sich fast wieder nicht festgehalten hier. Ich frage... Oh Mann. Alter Schwede. Was soll das denn? Ganz langsam hier. Ah, ich gehe einfach mit dem Kletterhaken dahin. Das ist sicherer. Es ist sicherer. Oder? Ja. Es ist sicherer. Ja, tut mir leid. Aber dafür sowas habe ich jetzt echt keinen Nerv, ey. Liegt der Kopf noch abgetrennt von dem? Oh fuck. Jetzt kommt wieder diese... Diese Stelle hier. Oh Mann. Boah, was ist das denn? Wenn die sich jetzt nicht da festhalten, ne? Halt dich fest! Oh Gott. Ja, das hier ist ja nicht Tenkshow 2, wo die sich nicht festhalten. Nimm lieber den Scheiß-Kletterhaken wieder, ey. Ich habe keinen Bock auf diese Sprünge, die dann nicht gelingen und wo ich dann am Ende... Hier muss ich doch hin. Wo ich dann am Ende abkacke, ey. Irgendwas ist hier. Ah, einfach hier. Okay. Alles klar. Ja. Da oben ist der Nächste. Drehst du dich rum? Nein, du gehst weg. Geil, okay. Da ist aber noch einer. So, jetzt probiere ich mal. Willst du drücken? Aber irgendwie... Da ist er! So, zum Glück bin ich jetzt hier. Okay, sehr schön. So. Aber das könnte knapp werden. Oh, sehr schön. Okay, geil. Uh. Okay. Bis jetzt wieder nullmal entdeckt, ne? Bis jetzt wieder nullmal entdeckt. Ah. Das ist so gemein. Ist noch ein Abgrund hier. Ernsthaft. Wieder Soundbugs hier. Naja. Ah, genau, ja. Diese Treppe da. Ich bin gleich am Ziel. Hoffe ich zumindest. Wieder so eine Treppe hier, die ins Nichts führt. Ist doch hier oben. Ne, hä? Da! Da! Genau, ja. Eigentlich erinnere mich an die Gegend so ein bisschen. Hier war diese Lavaband. Diese stylische. Da war das hier oben, genau. Mit diesen... ...Chantra-Zeichen oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Wie komme ich... Wie komme ich da hin? Da komme ich nicht hin. Da komme ich rein. Ah. Okay. Ich dachte, ich müsste dazu den Chantra-Zeichen. Oh Gott. Ja, hier wurde ich mit Rikimaru auch entdeckt. Ich muss aufpassen. Ah, da unten. Geil, okay. Sehr schön. Ja, dann... Oh Mann. Geh mal da hin. Ja. Geil und... Yes! Geil! Sehr schön. Weg mit dir. Oh Mann, immer diese Soundbugs hier. Was will ich mit diesen ganzen Shurikens? Jetzt mal ehrlich. Ich brauche nicht so viele Shuriken. Oh Mann. Okay, so. Ja, immer in die Richtung. Aber hier ist auch nichts mehr. Okay, sehr schön. Ich habe die Ninja-Wiedergeburt hier gar nicht gefunden. Boah. Das war jetzt aber extrem mutig. Kann ich hier rein? Kann ich. Was ist das? Da habe ich ja was gesehen. Okay, dann nix. Das könnte echt der letzte Part jetzt mit Ayame sein. Beziehungsweise das letzte Level. So, dann gehen wir da dran. Jawohl. Okay, sehr schön. Alles klar. Äh, warum ist hier kein Gegner? Ich wollte schon sagen, hier sind immer Gegner. Hier sind überall Gegner normalerweise. So, da ist ein Heiltrank. Den hole ich mir schon mal. So, Frage ist jetzt natürlich. Da open. Alles klar. So. Okay. Ach, so. Sehr gut. Ah, nein. Was machst du denn? Geh doch da oben. Ah, der ist da. Ich verstehe. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich da noch dran mit Rikimaru. Da ist er nämlich. So, abwarten, bis der wieder hier hinkommt. Ja, ich weiß, das könnte jetzt ein bisschen langweilig werden, aber es tut mir leid. Es ist halt einfach diese Physik dieses Spiels. Was man ab und an mal warten muss. Macht er wieder seine Hampelein da. Hier wieder Tourette oder was du hast. Keine Ahnung. So. Hab ich dich. Alles klar. Also bis jetzt ist das echt saugut. Aber wieder Shurikens. Was wollen die denn? Alter. Den ganzen Shurikens hier. Egal. So, wo muss ich jetzt am besten hin? 1000 Abgründe ist klar. Da oben hin oder was? Ich probiere es mal. Und. Ja, so. Ah, da hin muss ich. Alles klar. Ah, da hinten. Da hinten. Huh. Was? Kann ich das von hier direkt? Nein, kann ich natürlich nicht. Ah. Boah. So, jetzt aber. Komm, oder? Ne. Das bringt nichts. Äh. Die hält sich da nicht. Ah, Moment mal. Ah. Hilfe, ey. Boah. Hier kann ich runter. Und. Ja. Ja. So, okay. Gut. Dann hab ich das schon mal. Hä. Hä? Ah, ich muss. Ah, ich muss wieder hier hoch. Halt dich da bitte fest. Ah ja, die Festhaltemechanik ist ja hier ein bisschen eine andere. So, da muss ich hier hin. Ah, die Stelle. Oh Gott. Ich hab so Angst davor jetzt. Aber eigentlich, ja, kann ich doch direkt da hin. So. So. Und sehr schön. Kann ich ihn direkt killen. Oh, geil. Geil, 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 geil. Da, da freu ich mich gerade richtig, ey. Da freu ich mich. Hä? Wer hat den Churiken geschmissen? Naja, egal. Da freu ich mich gleich richtig auf die Statistik. Ich räume mich das erst mal auf eine Statistik, ey. Irgendwo hier. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Was ist jetzt hier noch? Hier kann ich ernsthaft runter? Wie geil. Ja, hier kann ich rein. Okay. Dann. Ja, dann. Ah, schon wieder so ein Ruckler hier. Egal. So, dann kann ich jetzt da hinten. Ja, ich erinnere mich. Ich habe bei Rekimaru so ein Giftreis geschmissen. Dann hat er das nicht gefressen, sondern mich entdeckt. Genau da. Dieser Typ da. So. Okay. Der geht aber, glaube ich, nur hin und her. Das heißt, den kriege ich auch so. Und ich habe die Schwerter echt für einen Gegner mitgenommen. Ernsthaft. So, der bleibt da stehen. Nein, der bleibt nicht stehen. Okay. Gut, dann. Okay, dann. Ja. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten, ey. Wer nämlich jetzt entdeckt, ne? Ne, geil. Okay. Sehr schön. Den habe ich auch. Puh. Puh. Okay. So. Links. Links. Ah. Hä? Ah, okay. Alles klar.